Oh, da guckt er aus, und Trowby legt es sich nicht hin, nein, wieso legt es sich nicht hin, was tut der denn da, hat das nicht das so ein Spiel abgeguckt, oder was, oh mein Gott. Ciao Leute, was geht aus dem Spiel vom Start, damit herzlich willkommen zum ersten Battle des Viertelfinales, Trowby gegen Smil mit der Mosin Sniper T46M wird gespielt, ich habe richtig Bock, mal schauen, wer ins Viertelfinale einzieht, und dann noch ins Finale kommt, ja, schreibt mir jeden coolen Kommentar, und ihr wisst Bescheid, let's go, viel Spaß mit der Hand. Vielleicht noch um, und oh, kurz einmal den Fokus verloren, kriegt einen Shot auf den Thorax. Boah, direkt das, direkt hier die erste Runde, super intens. Oh, schön, reagiert von Trowby, da ist Blut an der Wand, Heavy Bleeding, zweiter Arm weg, jetzt hier Face to Face, und der erste Kill für Trowby, da kann er sich nochmal durchsetzen, nice. Springt da einmal dran vorbei, Trowby gibt den Shot ab, und boah, der ging noch ins Gesicht, glaube ich, vielleicht hat er einen Shot getankt, ich weiß nicht ganz genau, der war ziemlich close. Dreht sich einmal weiter hier, Trowby geht auf Distanz, schön vor Schmiel, aber Arm weg, und da kann er finishen, kriegt er mehr Shots durch, und Gleichstand. Laser ist aus, Laser ist an, geht durch den Gang, springt einmal dran vorbei, und boah, Spiel geblendet, dreht sich aus, Trowby, oh mein Gott. Wo ist er? Keine Ahnung, worum Spiel da jetzt noch rauskommt. Bleibt stehen, gibt keinen Shot ab. Er bleibt stehen, wo ist Trowby? Trowby geht nicht hinterher, er nutzt die Shots nicht, oh mein Gott. Das war's, Shots verpasst. Das ist nicht dein Ernst. Trowby geht, ach, Trowby sagt schon, Spiel geht wieder raus. Und oh, Trowby von der anderen Seite zu spielen, beide Arme weg, und der Wibli, den Unterspiel noch weg, Trowby springt da vor ihm rum, und jetzt wer wird das Duell gewinnen hier, und Spiel kriegt noch mal einen rein, haut einen raus, beide überlebens, beide überlebens. Tesseln hier, bisschen grob aus dem Hilfmeyer, Smeel geht zu Boden. Was ist das mit der vierte Runde gewesen? Ich raste komplett aus. Der nächste Punkt für Trowby. Ach, ich treffe nicht. Und Trowby. Strammgang hat er da drauf, und da ist Spiel, glaube ich, am Ende des Ganges. Jo, da kam die Flash. Zieht sich hier nochmal zurück, und Spiel! Weißes halt einfach, da ist das Scope natürlich von Vorteil super stark. Springt hier einmal hoch. Uh, da kommen die Nades, hört sich sehr close an, Smeel bricht sich beide Beine, geht in den Untergrund, da trifft er auf Trowby. Hält die Position, Shot geht raus! Boah, ist einfach super strong mit dem Scope. Tänzeln hier wieder ein bisschen rum. Und der Shot ging durch, von Trowby noch nicht. Trowby zieht sich zurück, geht die Rappe hoch, Smeel muss hinterher! Stark, schön gesehen. Jetzt beide Beine Black. Oh, schwierig, hat einer auf den Torso gekommen, da zeigt sich Trowby nochmal oben. Boah, super intensiv, geht hoch! Und Distanz, Trowby tritt den Rückzug an. Jetzt muss er aufpassen, muss nachladen, da ist doch los, das Kämpfer, wenn er den jetzt erwischt, dann war es das hier aber komplett! Oh, Digga. Kannst du mir abstauben. Nähd dir die Hand, hoch und weit! Heilt die Beine nicht, sind Black, das heißt bei jedem Sprint. Fügt er sich selber dazu und Trowby ist blind! Trowby ist blind! Was, was, was passiert hier, von wem wurde der denn jetzt noch gekillt? Holy shit! Trowby war einfach komplett im Flash! Ich brech ihn weg, was? Der war krass. Der war... Alter! Boah, was? Ist der unten drin? Trowby jetzt nach oben? Der ging ein bisschen über den... Trow... Trowby-Kisten. Trowby hinterher musste aufpassen durch den Sichtschutzzaun. Ganz schwieriges Sport, kriegt noch einen auf dem Torso. Springt jetzt hier erstmal um sein Leben. Geht nochmal rum, hat nachgeladen. Schade, schön gedacht, kriegt den Shot nicht durch. Absolut krasses Katz-und-Maus-Spiel. Super! Intens! Und zurück, da sehen wir den roten Laser. Zweiter Arm weg, Heavy Bleeding. Muss jetzt aufpassen! Das war nicht so gut gedacht. Da konnte Smil easy abstauben in den Rücken. Und Trowby geht zu Boden. Geht zu Smil. Jetzt, da ist er. Schöne Position. Smil macht wahrscheinlich gerade genau dasselbe. Und scopet ab, oder? Das ist das Ding mit dem Scope. Boah, es gibt's nicht. Boah, total stark. Geht da wieder in Deckung. Da kommt Trowby jetzt. Sieht ihn da gut. Und oh, Trowby muss da weg. Springt Smil instant hinterher. In den Rücken, in den Hinterkopf. Der nächste Punkt, der nächste Kill für Smil. Und kann seinen Vorsprung weiter ausbauen. Trowby mit der Flash. Schießt von hinten. Smil instant in Scope. Guckt oben. Sieht ihn. Sieht ihn nicht. Doch. Oh, die Deck kommt gut. Aber die explodiert halt sehr, sehr spät. Trowby high ground. Hat kurz Smil hier verloren. Checkt nicht, dass er rechts von ihm ist. Zeig dir, wo schießt der hin? Wo schießt der hin? Smil bewegt sich nicht. Und die, die Flash, die ging glaube ich nicht durch. Trowby glaube ich schon wieder unten, oder? Schön gesehen. Springt runter. Legt sich da hin. Wie so legt er sich hin? Wie soll er sich hin? Das kann ja nicht wahr sein. Da legt er sich einfach hin. Und Trowby muss da nur noch draufknallen. Easy snack. Hat er jetzt auch eine geworfen? Ja, da kommt sie. Hat nur den Aufprall gehört. Oh, er muss... Oh, das war ein Hit. Das war ein Hit, sagt er. Er hat da doch keine geworfen. Geht er da hoch? Ist Trowby runter. Smil runter. Hipfire. Ohne Laser schwierig. Für Smil. Hat den Laser glaube ich nicht an. Und noch ein Hit von Trowby. Trowby noch gar keinen Schaden hier bekommen. Großartig. Und da zieht Smil durch. Will da nur noch weg. Nachladen. Springt runter. Ein Bein broke. Schön. Ich glaube, der ging auch gut. Ich muss da aufpassen. Geht Smil nicht weiter. Er verringert hier die Distanz. Auf dem Torso. Bein. Arm. Black. Heavy bleeding. Trowby hinterher. Schießt in den Rücken. Smil muss nachladen. Links, rechts. Kombination. Will da nur noch weg. Und da geht Smil down. Und der Abstand Smil dahin. Oh mein Gott. Alter. Noch einen. Noch einen. Ich werde einfach, wenn das hier vorbei ist, den ganzen Montag nicht mehr reden, glaube ich. Laser an. Wo ist Trowby? Trowby oben. Zeigt sich da. Kriegt einen Shot raus. Bin ich die Treppe hoch. Auf den Torso. Trowby kommt näher. Kommt ran. Schöner Shot von Smil. Der dürfte durchgegangen sein. Und Trowby jetzt. Will einfach nur noch an ihn ran. Und da geht das Gesettel los. Doppel heavy beating bei Smil. Muss da super krass aufpassen. Geht zu Boden. So langsam kommt Trowby da in den Trip. Und hat seine Taktik gefunden. Smil kommt ran. Smil kommt ran. Da ist er. Trowby. Musste Waddlekit abbrechen. Jetzt hier erstmal im Nachteil. Auch noch bald weg. Schuss auf den Torso. Jetzt Smil links, rechts. Versucht er auszuweichen. Während die Mosin die Schüsse nachliegt. Und für Smil geht der Kill aufs Punktekonto. Boah, dieses Positionsspiel finde ich einfach unglaublich nice. Hört er leider ein bisschen zu spät. Zweiter Arm weg. Und Trowby setzt nach. Von unten. Stoppt den Bleed. Stomach weg. Man kann einstein da durchs Gitter schießen. Und heavy bleeding. Bein weg. Ganz schwierige Kiste jetzt. Und fällt da fast runter. Rupital rein. Da schaut. Tschüss. Trowby um die Ecke. Smil geht zu Boden. Es ist einfach so krass. Geht er da die Treppe hoch? Smil spielt auch so super vorsichtig jetzt. Ne, jetzt Trowby glaube ich unter ihm. Ah, schön. In die Beine. Smil, Arm weg. Zweiter Arm weg. Zieht sich nochmal nach oben. Da kommt Trowby. Digga, nice. Junge, er ist nie den Schuss getroffen. GG's. Und auf der Treppe. Beide geben den Schuss gleichzeitig ab. Ziehen nach links. Ziehen nach rechts. Jetzt Smil kommt näher. Trowby, Schuss auf den Torso. Smil zieht zurück. Und der Kill für Trowby. Schöne Runde. GG. Match. Point. Und der Fight beginnt. Nicht lang schnacken. Kriegt die Schüsse auf den Torso. Oh, da geht Trowby down. Oh mein Gott. So ein krasses Brett. Wichtig, wichtig, wichtig. Und es geht hier weiter, Leute. Wichtig, wichtig. Es geht hier weiter. Und da guckt er aus. Und Trowby legt sich rein. Nein, wieso legt er sich denn hin? Ich komme auf die X-Taste. Was tut er denn da? Hat er sich das so ein Spiel abgeguckt oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Spiel bleibt erst mal unten. Und rett ein Trowby rein. Oh mein Gott. Das habe ich nicht erwartet, Bro. GG. Und damit Trowby im Halbfinale. Mein Hals kratzt jetzt schon nach dem ersten Battle hier heute. Unglaublich stark. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Ehrlich, es war unglaublich insane. Mega krass. . Model. 頭. information. 比較iert. aku Daher tue. Daher tue. Daher tue. Daher tue. dulี. bok gehört.